Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erlebt. Wir sind im fünften Teil einer Mini-Podcast-Serie mit sechs Teilen, wo es um geistliches Wachstum geht. Um die Frage, wie entwickeln wir uns eigentlich geistlich? Wie trainieren wir geistlich? Wie kann man auch in Corona-Zeiten geistlich wachsen, Jesus nachfolgen und ihm immer ähnlicher werden? Und heute habe ich euch was mitgebracht aus einem Buch, das ich vor vielen Jahren mal gelesen habe, das für mich ein echter Segen war, wo ich einfach sagen kann, das war richtig, richtig gut. Und zwar ein Buch von Henry Blackaby, es heißt Gott erfahren. So ein Trainingsbuch mit verschiedenen Wochen, wo man da so durchgehen kann, auch in der Gruppe. Und ich kenne zwar auch Leute, die sagen, ich konnte mit dem Buch so gar nichts anfangen, aber für mich war das vor einiger Zeit einfach mal ein richtiger Augenöffner und eine richtige Hilfe, mit diesem Buch unterwegs zu sein und auch einfach so Schritte im Glauben zu gehen. Und in dem Buch findet sich so ein Sieben-Schritte-Modell, wie man mit Gott leben kann. Und ich möchte diese sieben Schritte mal verkürzen auf vier, weil es soll ja nicht so lang werden. Und die möchte ich gerne mit euch kurz bedenken. Die erste Aussage ist folgende, Gott ist ständig um dich herum am Werk. Das fand ich damals echt hilfreich. Ich dachte so, stimmt eigentlich. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, Gott hat ja nicht nur die Welt geschaffen und dann sich aus ihr zurückgezogen und gesagt, jetzt macht mal selbst, hier riecht das schon irgendwie hin, sondern er ist da, er ist gegenwärtig. Im 239 heißt es so schön, egal wo ich hingehe, sagen wir paraphrasiert, egal wo ich mich aufhalte, Gott ist schon da und wartet am anderen Ende auf mich. Es gibt keinen Ort, vor dem ich sozusagen mich verbergen könnte vor ihm, vor seiner Nähe, vor seinem Angesicht. Er ist schon da. Und wenn das stimmt, dann ist er immer da. Immer, auch jetzt bei dir, wo immer du das gerade guckst. Er ist da. Und er ist am Wirken. Er macht Dinge ständig. Er liebt es einfach auch. Er macht nicht immer das, was wir gerne hätten. Okay. Aber er ist dabei zu wirken. Und das fand ich eine richtig coole Erkenntnis. Ich dachte so, ja, stimmt eigentlich. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie was jetzt da lostrete oder mache oder so für Jesus, für den Herrn oder so. Nein, es geht darum zu erkennen, Gott ist schon da und er macht schon was. Mein zweiter Punkt und damit natürlich verbunden, er lädt dich ein, dich mit seinem Wirken verbinden zu lassen. Ja, er sagt jetzt, komm, klingt nicht ein, sei dabei. Du bist jetzt hier der kleine Christus sozusagen, der jetzt mit mir hier dies und jenes macht. Und ich möchte dich gebrauchen. Im Epheserbrief Kapitel 2 heißt es so schön, Gott hat Werke für uns vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen in Christus Jesus. Weil da ist schon was da eigentlich. Du musst es nur, ja, begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, ergreifen und losgehen. Mit dem, was Gott schon tut. Und es ist nicht Blutschweiß und Tränen und du musst jetzt irgendwas machen, sondern Gott ist schon da. Er ist schon da und will mit dir diese Welt zu einer besseren machen, sage ich mal. Diese Welt verändern, Menschen berühren, ja, ein Segen für andere sein. Heilsam. Drittens, Gott spricht zu dir. Ja, das finde ich jetzt auch nicht ganz unwichtig. Er spricht zu dir durch die Bibel, durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, ja, durch prophetische Eindrücke oder was auch immer, durch Träume, durch Visionen. Ja, durch das, was dir auf dem Herzen liegt, deine Berufung vielleicht auch. Er spricht auch durch andere Menschen, ja, die weise Ratgeber sind, die dir was sagen. Es können auch Menschen sein, die mit Gott nichts am Hut haben, aber dir einen Satz raushauen. Du merkst, wow, das war jetzt wie ein Satz von Gott für mich, ja. Er spricht da manchmal durch Lebensumstände, ja, weil du irgendwie merkst, du bist gerade in irgendwas drin und es ist gerade schwer und so weiter. Corona ist so ein Lebensumstand, durch den Gott auch reden will. Er ist nicht der Urheber der Sache, das ist klar. Aber er möchte, dass wir in dieser Situation, in dieser Krise, von der keiner weiß, wie lange sie dauert, dass wir darin wachsen und dass wir darin auch die Hand Gottes ergreifen und mit ihm unterwegs sind und bleiben. Und als vierter Schritt, der dann wiederum logisch und konsequent daraus folgt, ist natürlich auch klar formuliert, es geht dann darum, dass wir unser Leben, dass du dein Leben auf Gott ausrichtest und sagst, okay, was willst du eigentlich? Immer wieder neu justieren. Okay, wo geht es lang für mich? Was ist jetzt dran? Dass du mit dem Reden Gottes rechnest, damit rechnest, dass er da ist, dass er sich mit dir verbinden will, dass er mit dir unterwegs sein möchte und dass du dann natürlich auch, wenn er spricht, wenn er dir Impulse gibt, dass du dann gehorsam bist und sagst, okay, das mache ich jetzt, auch wenn es vielleicht verrückt ist. Ich mache es einfach. Und ich wünsche dir, dass du da vielleicht auch neue Schritte gehen kannst für dich, neue Wege auch entdeckst. Und vielleicht ist es auch so, dass du merkst, ja, ich war da mal vor Jahren oder so, war ich an dem Punkt. Und ich merke, ich habe da was verloren. Manchmal ist es hilfreich, sobald und soweit das möglich ist, vielleicht an diesen Punkt zurückzugehen. Ja, an diesen Punkt zu gehen und zu sagen, Herr, ich weiß, damals hätte ich hier und da diese oder jene Entscheidung treffen sollen. Ich hätte eigentlich diesen oder jenen Weg gehen sollen, ich habe es nicht getan und ich komme jetzt zu dir, um an diesem Punkt wieder anzuknüpfen. Das geht jetzt nicht immer, das ist auch klar. Aber manchmal kann es hilfreich sein, an den Ort zurückzugehen oder zu der Person hinzugehen oder sich die Situation vor Augen zu malen, wie das damals war, um dann zu sehen, ich möchte jetzt weitergehen mit Gott, seine Hand ergreifen und sage, okay, Herr, sprich zu mir. Sprich zu mir so, dass ich es verstehe, was du von mir willst und ich möchte dir gehorsam sein. Das ist eigentlich die wichtigste Zutat, sage ich mal, in dem ganzen Prozess der Hüngerschaft und des geistlichen Wachstums, dass wir dann, wo Gott auch Sachen sagt, bereit sind, das auch zu tun. Ich wünsche euch auf diesem Weg ganz viel Freude. Tschüss.